Damit du auch nach etwaigen Problemen mit deiner Welt nicht von vorn beginnen musst, erkläre ich dir in diesem Tutorial von mc-host24.de, wie du deine Welt und Serverdateien sichern kannst. Viel Spaß! Um Welten von deinem Server zu sichern, logge dich auf mc-host24.de ein, navigiere ins Webinterface, logge dich dort ebenfalls ein und wähle den entsprechenden Server. Hier klickst du auf Dateien und Sicherungen. Zum einen kannst du dich via FTP, wie hier gezeigt, zum Server verbinden, um alle Serverdateien herunterzuladen. Einfacher ist es aber, auf den Button starten zu klicken. Im Anschluss wird eine Sicherung sämtlicher Serverdaten erstellt. Diese kannst du direkt im FTP ansehen oder herunterladen, als auch mit einem Klick auf den Button wiederherstellen, die aktuellen Dateien überschreiben und das Backup laden. Dabei sollte der Server jedoch gestoppt sein. Informationen über den Fortschritt bekommst du in der Konsole. Bitte bedenke, dass bei einer Sicherung die aktuelle Welt verloren geht. So einfach lässt sich bei mc-host24.de eine Welt sichern. Möchtest du Welten uploaden? Sieh dir doch einmal dieses Tutorial an und wende dich bei Fragen oder Problemen an den mc-host24.de Support. Möchtest du Welten. Vielen Dank.